Die Lage hat sich verschlimmert. Seit heute Morgen werden russische Truppen eingeflogen, die Odessa und dann die Krim besetzen sollen. Das ist eine klare Verletzung des ukrainischen Hoheitsgebiets. Wir haben Befehl, alle russischen Flugzeuge, die wir über die Ukraine finden, abzuschießen. Transportmaschinen haben Priorität, aber natürlich sind auch Kampfflugzeuge nicht einfach zu ignorieren.